Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chicken Police. Wir sind momentan noch im Polizeirevier. Wir haben unseren alten Kollegen Marty quasi rekrutiert und ihn an unserem Fall teilhaben lassen, der aber noch nicht wirklich wusste, worauf er sich jetzt einlässt. Jetzt weiß er es mittlerweile, dass es um Ivan Vessler geht. Und wir haben jetzt in der letzten Folge mit Bosco gesprochen, jetzt müssen wir mit Bloodball sprechen. Mood, but he never is actually. Tja. Honestly, I have a really bad feeling about this. So haben wir ihn fertig befragt? Ja, ne? Honestly. Okay. What a surprise. The two pigeons back together. And without my permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Hey, hey, hey. Careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper. And you know that very well, detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica. And then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Family quarrel. For all the marrowbones of the world, get the hell out of my sight. Have a lovely evening, boss. You especially fuck off right now, Santino. Ja, der hat wirklich gute Laune. Also. Wir haben den Kontakt. Lucius und Wilford Bloodboy. Ein Hund. Und männlich. Der Schiff ist eine lebende Legende. Außerdem kann er natürlich auch so. Das hatten wir schon. Ähm. Wir haben noch ein Update bekommen. Warte mal. Wir hatten doch gerade. Kodex. Ih? Hinweise. Kann wir hier blättern? Was hat sich denn jetzt hier aktualisiert? Nichts. Ah, okay. Gut, dann reden wir noch mit ihm. Okay, mit ihm können wir irgendwie nicht sprechen? Hä? Hey, listen, Bosco. One. Guys, I'm. Mit dem Chef sprechen, aber das ist doch der Chef. What is it, Senat? And you, Nose, then get out of. We have no. Hä? We can't avoid speaking with the chief first. And it would be nice to say goodbye to Monica. Okay. We're leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Mostly. Okay. But take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Gut, jetzt können wir, oder? Ja. Also. Der Casar Club, können wir gehen? Hotel Atlas, Hopdog. Okay, Casar Club ist, glaube ich, das nächste Ziel. Hier können wir... Ach nee, das sind die zeitlich begrenzt. Dann gehen wir da hin, oder? Oh, mich würde jetzt echt interessieren, was mit dem Casar Club los ist. Aber wir gehen mal da hin. The Hopdog was like the last warning. You can still turn back. My eyes lingered on the sign. An enormous dog. Like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes, kept together by cold syrup. Marty's worried look shook me out of my referee. Oh, Cluck. Was I talking to myself again? Tja. Die Fliege, Alter. Wie geil. Haha. Okay, wir sind jetzt hier bei Hopdog. Das sieht wirklich sehr verranzt aus. Oh Gott, der Pfannkuchen. Are you sure that thing's a dog? I always wondered. The name Hopdog is quite a giveaway. Don't you think so, Mr. Detective? Sometimes the most natural connections lead us astray. Who said that? A natural born genius? Ha, yeah right. That sign gives me the creeps. I'm not surprised. So, was können wir hier noch anschauen? Achtung! We don't serve Bugs here. Of all that's furry. Is this still a thing? The situation's getting even worse, Marty. Have you heard how the young mothers of the Kabla district are forced to make a living? I have no idea what goes on in the hive, Sonny. I don't think I wanna know. But you're still gonna tell me, right? Prostitution is the lesser evil. What's worse is that some folks have to sell their kids when they're still larvae. Wait, what? Why? They pay a hefty sum for each of them downtown. They sell them as... What? What? Ach du Scheiße. Okay. Fliegenkerl. Look at the poor bastard. He's looking okay, Marty. Remember what we saw when we worked at the hive. Wild ones. Don't even remind me. Trying to forget that shit every day. It's been even worse since. I guess you heard about the riots. Who hasn't? No people are afraid that the great fire will happen again. And those hive houses are pretty flammable. I don't speak of the devil, Marty. But to be honest, I... I have no idea how this insect matter can be solved. I do. We just open the ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Your heart is pure gold, buddy. But you know, it's not that easy. Clawville isn't what it used to be. Okay, es ist anscheinend in der Vergangenheit irgendetwas passiert. Ähm, weswegen die Stadt jetzt so ist, wie sie momentan ist, zu gespalten, ne? Peaceful, isn't it? Hmm, because the whole town is probably drunk by now. Maybe that's the only way it can bear itself. Doesn't it remind you of somewhat? Shut up, Marty. Heh, got you there, old bird. Even though it's a mess, I still can't imagine living anyplace else. You know what? I envy you for that. Even though it's a mess... You know what? Maybe he can't understand what we're saying. Oh, he just doesn't want to talk to us. Which I can understand, considering how most of the animals treat these poor bastards. Indifference is almost as harmful, Sonny. You think I'm indifferent about the insect issue? I didn't say that, boss. I'm not indifferent. I just think we... Well, we've simply gone too far to even make it right. It's never too late to change, Sonny. I hope you're right. Ah, is that the Kite and Blues? I think so. It has a unique sound to it. That's for sure. I'd like to visit the hive again, when things lighten up a little. Yeah, and when they welcome cops again. Yeah, right. Yeah, yeah, yeah. So, that's Insektenest. Ach, da hinten, guck mal. Ah, hier, guck mal. Die ist abgesperrt. Da hinten dran ist das Insektenest. There used to be such life around here before it became an Insek ghetto. That was a very long time ago, Marty. I was a little chick. And the hop dog had the best pancakes in the entire city. Well, since Zip became the owner, the cook, and the waitress, I imagine it's all gone downhill. True. But at least the coffee's good. That's right. I have no idea what that mongrel's doing with it, and I don't want to know. But its aroma is unbeatable. Roach Town always gives me the creeps. Hey, don't call it that. It's not okay. Whatever happened here, it's still the cobbler district. Old memories? We used to live here a while with my mother. There used to be a small ice cream shop around here, and a baker. The whole area smelled like fresh bread. It smelled like home. How could we turn it into a slum? Good question. Let's pray to the gods we'll never have to work here again. Do you remember that case? With that fly called Novak? Great wild ones. How could I ever forget that? Okay. Okay. Let's pray to the gods we'll never have to work. Das war's. Gut. Dann, äh, altes Auto. This wreck belonged to Zip? Well, it's a wreck just like him. So I guess it could. It's sad that everything's rotting away. It is. Especially a beauty like that. Yeah. 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 Okay. Okay, wir können hier reingehen. So, wir gucken uns mal die Einträge an. Personen. Zip. Zip H. Murphy. Waschbär. Er war mal ein kleiner Ganova, aber die Unterwelt hat ihn vor die Tür gesetzt. Jetzt macht er den besten Kaffee der ganzen Stadt und in einem heruntergekommenen Lokal am Straßenrand. Ach ja, er hat sich auch als recht nützlicher Polizei-Informant entpuppt. Ah ja, okay. Oh, Hotdog. Irgendwas war noch neu. Hier. The Great Fire of Clawville. Im Jahr 893, kurz nach dem Ende des Fleischkrieges und der sich daran anschließenden Wirtschaftskrise, wurde fast ganz Klorwill von einem Feuer verzerstört. Es nahm im Rattenbrunnenbezirk seinen Anfang und nicht einmal die Wassermassen der Zeit läuft, konnten das Feuer eindämmen. Nachdem die jördlichen Flammen endlich verloschen waren, musste die Stadt beinahe von Grund auf neu gebaut werden. Ach du Scheiße. Hinweise haben wir jetzt auch noch nicht. Okay. Gut, wir sprechen mal mit dem. Hey, Pal. Kannst du mich hören? Ist er deaf? Ich weiß nicht. Vielleicht versteht er einfach nicht, was ich sage. Oder er will nicht. Das ist auch sehr vermutlich. Ah, poor Bug-Eyes. At least er spielt Musik. Ich meine, er macht etwas. Die meisten der Destitutionen nehmen zu trinken oder drugs. Oder schlimmer. Hm. Du kennst das Licht. Du sagst das Licht die Insekten glauben? Ja, das ist ein Nachmittag. Ja, das war's. Ja, ja. Ja, ja. Gut, dann gehen wir mal rein da. Errungenschaft freigeschaltet. Der alten Zeiten wegen. Besuche nach der ersten Polizei-Seller den Hotdog. Ach, cool. So, wir haben jetzt einiges wieder zu schauen. Ja, gut. Also, wie es jetzt hier aussieht. Würde ich aber auch einen Kaffee trinken. Gut, ein Plakat. Und hier ist das. Und hier ist der Master selbst. Wie ein Plakat. Ah, Sonny, er ist ein Pidgen, nicht ein Plakat. Don't mich angriert, Marty. Okay, ich war nur jokin. In einer anderen Welt, ich würde lieber ein Rockstar sein. Du bist ja eine, Marty. Für mich. Ah, danke, Boss. Ja, okay. Dann Juke Mops. Ah, wie cool. Können wir uns da was auswählen? Nein, noch mal. Ah, doch. Ah, wie cool. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Singt ihr auch? Boah, das ist laut. Boah, das ist laut. Wie geil. Ich will. Okay. Also, das ist so funny. You can kill me, honey. I'm already dead inside. Musik Warte, ey, megagul, ich feier das gerade richtig. Richtig geil. Ich stehe auf sowas, total so Kleinigkeiten, ne? Ich habe ein Stück von mir, meine Stadt steht in Flammen, der Hauch alles Zweifels. Musik Okay, das war das, meine Stadt steht in Flammen. Musik Nicht alle Bullen sind Schweine. Okay, ich kann jetzt hier stundenlang stehen und die Songs durchhören, Alter. Wow, megaschön. Ich mag so eine Musik total gerne. Kalter Kaffee, ja. Ja, der Highlight of my day. Ja, ich kann es schon schon schälen. Wie macht er den Kaffee hier so speziell? Look at that mangy trash panda and tell me, do you really want to know? Hm, you're right. As always. Ah, das wird so. Bis zum nächsten Morgen, bis zum nächsten Morgen, bis zum nächsten Morgen. Das ist richtig. Fuck the King. Fuck the King. Well, that's a good question, pal. Where all the colors go. Wise world. You know what? I was thinking... Hm. Okay, das haben wir jetzt. Die Speisekarte. Hop-Dog, Snack-Coffee, almost Ham and Tomato. Toasted Sandwich with authentic meat. Synthetic meat. Ugh. Sind das 30 Cent? Was ist das für eine Währung? You still don't eat meat, old man? I'm a rooster. A chicken. Why the hell would I eat meat? I don't mean real meat. I'm not a lunatic. But a meat substitute? There's about ten different kinds. Have you never tried any of them? Why would I? If I don't eat meat, why would I eat a substitute? Because you can. That's the point. Wild gods, Marty. Stop being such a sheep. Do you fall for those adverts? Substitute isn't meat, Sonny. And if it's tasty, why wouldn't I eat it? I don't care what you eat. But don't be surprised when you lose all your feathers or you try to bite off your own leg one day. Ooh, a nice pancake with hemp seed, chocolate, and black onions? I'd rather have somebody pull my beak off. Ah, you used to be more daring. Yeah, and my back didn't hurt either. Furry heavens, it's depressing being around you, Boss Bird. Ooh, maybe a peanut souffle with faux meat. Oh, stop it, Marty, before I get sick. Ugh, you're just a boring old man. I'd rather be boring than dead. I wouldn't eat here if my life depended. I wouldn't eat... Okay. Okay, anscheinend ist das Essen hier sehr, sehr schlecht. Gut, Zip, Tür. Yeah, because last time you tore it out and beat that baboon with it. Oh, yeah. I remember now. So that's why Zip remodeled the whole place. He had to. We didn't leave much of it standing. If I didn't know how nice we are, I'd almost hate ourselves. Welcome to the club, partner. Gut. Wir haben wieder zwei... Ähm, ja, weiß ich nicht, Hinweise? Worte. Meat Substitutes. Fleischersatz und Speisen aus Fleischersatz machen es möglich, den Fleischkonsum in der gesamten Wildnis herunterzuschrauben. Ah, wie... Oh mein Gott, wie das... Wie, wie, wie... Einfallsreich. Wildrisse und Kannibalismus werden somit verringert. Heutzutage sind derartige Produkte weit verbreitet. Nicht nur Raubtiere, sondern auch die anderen Arten greifen gerne darauf zurück. Das ist ja nice. Dort decken die aber gut mit. Das finde ich cool. Jetzt habe ich aber hier zwei Informationen gehabt. Gut, dann schauen wir uns mal einen guten Zip an. Wir haben eine neue Information bekommen. Von Marty. Zip. Zip wird allmählich alt. Er hat immer noch Verbindungen. Es lohnt sich, ihn zu befragen. Aber auch an ihm nagt der Zahn der Zeit. Du denkst, er könnte etwas über das Problem wissen? Er kennt fast alle in dieser Stadt. Zumindest hat er es schon einmal. Mal schauen, ob er es noch macht. Als ich ihn erst verratete, war er fast 14 Jahre alt. Ich war ein Rookie-Kop. Wer hätte gedacht, dass wir so enden, wie das? Krass. Die ganzen Tattoos hier auch auf dem Arm. Voll nicht teilreich. Die Finger nicht weiter. Scheiße. Ja. As a matter of fact, it's quite noticeable. Shit. All right. And where'd you blow in from? We haven't been anywhere, yet. But we're going somewhere. Everybody's going somewhere, right? Tell me, how much do you know, Zip? That depends. How deep is it? Bottom of the well, kind. Goes down around Ibn Wessler. Holy hell. Wessler? You've dipped your wings in deep shit, boys. If you've got anything on him, don't keep it to yourself. We'd be grateful. Grateful. Maybe you're not going to trash my joint this time, eh? You know, Ibn's acting strange nowadays. He always believed that if you want something done, you do it yourself. That's how it was for years, anyway. And? But now, he left his real estate, the fish racing clubs, the casinos, and the bars to his right-hand man, Mongrel Mick. And ever since, he's been kind of weird. Bottomed out. Brooding in the seediest joints of the city. Nobody ever knew him to be like this. Weird, huh? Yeah. Weird. Do you think it's about a lady? It's always about a lady. Well, there is a woman. I knew it. Bad, not like you think. Is this gonna cost much? Only a favor. Like the good old days. Okay. I'm in. Befragen, okay. Wir gucken uns erstmal die Informationen an, die wir auch über Ivan bekommen haben. Ähm, hier. In letzter Zeit hat er sich recht merkwürdig verhalten, als ob er versuchen wollte, sich aus seinen illegalen Machenschaften zurückzuziehen und ein einfaches Leben schlichter Freunden zu führen. Das wäre an sich kein Problem, aber es geht vollständig gegen seinen Charakter. Ähm, ich glaube, warte mal. Er hat auch noch einen bekommen? Nee. Hier. Ähm, Mongrel Mick. Mick the Marauder. Marauder. Mick ist einer der berüchtigsten Handlanger von Ivan Wessler. Und aufgrund seiner materialistischen Spitznamen und der Grausamkeit seiner Taten ist er in der ganzen Stadt bekannt. Sonny und Marty hatten auch in der Vergangenheit schon mit Mick zu tun. Und es war jedes Mal nicht ganz leicht für die beiden, bei dieser Begegnung nicht federn zu lassen. Okay. Haben wir da eine Person bekommen? Äh, nein. Nee, haben wir nicht. Okay. Das ist eine mysteriöse Frau. Eine reale Kürz-Jewel, wenn Sie mich fragen. Sie kam aus dem Weg zwei oder drei Jahren vorhin und landet auf den Städten der Millions almost immediately. Ist das so interessant? Ja, sie hat eine fantastische Begegnung, macht man go crazy. Aber wir alle wissen, dass das nicht was wichtig ist. Dann, suddenly... BAM! Sie hat die ganze Kürz-Jewel-Klub. Just like that. Aber wir wissen genau wie es war. Ich kann es dir. Ja. Seit dann, es funktioniert unter dem Namen, der Zahr-Klub. Right? Die olden Kürz-Jewel-Klick ist immer noch klicken, right? Ja. Der Club war re-named und re-model. Everyone knows she was Ibn's lover, but she's not your usual canary. She didn't get involved in Ibn's dirty dealings. Dann, how exactly does she fit into the picture? Check this. A few months ago, the old rat pulled out of his own businesses and gave control to Mongrel Mick and his mob. Mongrel Mick? Doesn't sound familiar. Mick the Marauder ring a bell? Damn. That little monkey came this far? I think that little shit took advantage of Ibn not being himself. Which has something to do with this Natasha, right? That's my guess. Thanks for this straight dope, Zip. We owe you one. One? You owe me the price of a new coffee shop, remember? Okay, okay. Whatever you need. Just call us. I cluckin' will. Thanks, pal. Hey, I'm not your pal, Marty. Hmm. Okay. You sure talk a lot. Yeah, maybe the past is haunting me. Once a rat, always a rat, right? Oh, come on, Zippy. Don't be so hard on yourself. You got out in time. And you've been living an honest, ordinary life since then, haven't you? Yeah, right. How lucky am I, eh? It's more than what many others get, believe me. What's this no insect allowed, shit? You're not like that. What do you think? If I let one in, all animals follow. And then I can forget my regular clientele for good. What clientele? There's no one here. That's it. Would you take even that away from me? What's this no insect? What do you? That's it. Hmm. I don't know. I don't know if it's normal. I don't know. I don't know. I don't know. You know what? Your mother's a goat. Hmm. Hop-dog. I'm a hop-dog. I've got to say, you've revamped the joint pretty well. Yeah. After you trashed it, I had to. Look, I'm, uh, I'm sorry, Zip. That ocelot and his gorilla. Baboon, not gorilla. Whatever. Sonny, what's your beak? So you owe me one until about the end of time. But I'd settle for your washing up here for a few years after retirement, Sonny. Mind your tongue for a ball. Heh. Okay, irgendwas ist halt auch mit dem Laden passiert damals, anscheinend. Guck mal, jetzt hängen hier Mauszeiger. Als sie draußen waren, hangen hier keine. Fällt mir gerade auf. Ähm, dann fragen wir ihn mal. Dann befragen wir ihn mal zum Casar Club. Um, ja. So, about that woman. Is she really that dangerous? Heh, what woman isn't, eh? No, Zip. I mean, really dangerous. She's got the most influential gangster of the city wrapped around her finger. She calls him her little furball. How dangerous do you think she is? Hmm. That's actually the rest. Have you ever been to that place? Of course, a hundred times. Everyone who matters in this city's been there. Sorry, guys. But then, it had a different name and a different owner. Business affairs, right? Eh, that was the dark era, Sonny. I don't want to talk about it. Roger that. So, Ibn's gone insane. Love will kill you in the end, they say. Seems like everyone's in a poetic mood today. You're one to talk, by the way. Heh? Why? Okay, gut. Wir haben neue Informationen bekommen. Ähm, einmal persönliche Informationen über ihn. Zip hat Ibn bis vor ein paar Jahren noch Informationen geliefert. Damals war er schon sein Informant für die Polizei. Also hat er möglicherweise jede Seite für die andere ausspioniert. Der schlüpfige, schlüpfige kleine Scheißkerl. Okay, also wir müssen echt aufpassen. Gut, äh. Ja. Hm, hm, hm. In letzter Zeit hat sie, hm, das hatten wir schon. Natascha. Ähm, she owns the Gasol Club. Sie war die Gesangssensation in Millions und übernahm mit Ibn's Unterstützung später den Laden. Über ihre Vergangenheit vor diesem Zeitpunkt ist allerdings nichts bekannt. Äh, sie hat mich angelogen. Wozu ich viele kleine Sachen in diese ganze Erpressungsgeschichte erzählen? Sollte man vielleicht nicht wort für das Glauben. Ah, der Arbeitgeber gehört zur... Gehört derzeit zum inneren Zirkel von Ibn Wessler. Um es vorsichtig auszudrücken. Das erklärt auch, warum es albern ist von einer Aura der Furcht umgeben ist. Ja gut, das ist nachvollziehbar. Gut, dann... Können wir ja eigentlich hier raus? Weil da haben wir ja alles schon... Jo, dann können wir hier eigentlich raus. Das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Dann gehen wir mal in den Casar Club. Wir können aber auch zu Hotel Atlas zurück. Nee, das will ich nicht. Ich möchte in den Casar Club. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, whatever. Ich hoffe, ihr seid morgen bei der neuen Folge wieder dabei, wenn es in den Casar Club geht. Und ich denke mal, wir lernen dann auch die Frau... Äh, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Katzenko Ken. Natascha, so. Und, jo. Dann bis morgen zu einer neuen Folge. Haut rein und bis bald. Ciao.